Naja, was ist eigentlich letzte Woche passiert? Oh, nein. Das ist Maxim. Hallo, funktionierst du auch? Ich bin Fan. Ja, aber es... Was macht Sonja hier? Warum ist Maxim ein Page? Und dann ist hier Mr. Ich hab mir in die Hose gemacht. No way. 1, 2, 3, 2... Fühlt sich echt gut an mit euch hier gerade. Der Chatting-Zentrum. Embrace dieses Facebook-Gamer-Tum aber auch, oder? Seitdem er gegen Leon verloren hat, hat er sich schon so ein bisschen gehen lassen, was das angeht, oder? Hör auf, Schuhe zu schreiben! Warum kannst du E-Votes? Das ergibt keinen Sinn! Ey, ich kann das alles nicht mehr. Wir streamen. Ey, guck mal, hier ist Matteo. Oh, der war neuer! Schnell, 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 schnell! Ich bin ein Feind. So. Ich will geradeaus? Ja, geradeaus. Okay, aber muss ich irgendwo nicht gucken? Geradeaus! Oh, da ist geradeaus! Ja! Junge! Oh, cool! Ich finde, das ist so eine krasse Red Flag, wie gut die beiden gelogen haben, Matteo und Leon. Danke! Hä, verliebt! Ich spürst den Blinker die ganze Zeit an übrigens. Langsam, 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 langsam. Jetzt ist es auf hier! Verkehrsgebärend! Rechts, links, 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 links! Verkehrsgebärend! Bekommt, vorwarten, rechts! Verkehr beobachten! Oh! Oh! Jetzt wollen wir links! Nach Wechselung! Schuhe wieder links! Matteo! Kommt keiner? Ich habe Hardcore-Settings. Das ist cool! Du kannst durch, zieh durch! Zieg durch! Zieg durch! Zieg durch! Oh! 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 Dann müssen wir irgendwie! Ja? Diese Tafel Schokolade ein bisschen anschmelzen. wie können wir das machen ja dann macht das mal runter nein das ist so gefährlich es geht das messer kaputt als ein finger das heißt man nimmt das jetzt ich hab das hier so ein bisschen das was ich jemals in meinem leben gegessen habe ich glaube ich auch sie lügt bon appetit das ist das gurke fake lachs und was noch frischkäse gruselig den personen kannst du nicht also den kannst du nicht vertrauen das merkt ein bisschen spät muss ich sagen oder leon wieso hast du people so auf einmal so eine gerade so super hohe stimmen so tief kann alle stimmen abbilden das ist dumm für alles müsste so ein bonjour symbol sein ja und da kriegst du mal drauf das ist einfach weiterhin an so für immer ihr miesen schweine thomas das ist jetzt genau wie hier weißt du wie wenn man so tschüss sagt und dann läuft man noch so voll lange zusammen zur ja zur gleichen s-bahn station ja scheiß bonjour so nämlich guter subsound schöner zusammenschnitt danke andy andy